Hier in der Nähe ist irgendwo was Schickes, wo wir gut shooten können. Soll irgendwie so ein bisschen Fantasy, ein bisschen Steine, ein bisschen Wald. Ja, wo ist es denn? Ja, wo ist es denn? Du hast es gefunden, wa? Hey, Nathalie hat recht gehabt! So, hier sind wir jetzt in dieser Höhle, die wir so gesucht haben. Gott sei Dank haben wir sie gefunden. Und das soll dann auch die Location dafür werden. Hallo, hallo, ich wollte auch mitspielen. Ist hier ein bisschen schattig, aber ab und zu... Oh, ist aber gut. Ach, gar nicht so schlecht. Ohne Mütze geht auch. Ist ein bisschen schattig, aber wir kriegen das hin. Cool, ich filme mal hier so ein bisschen, so ein bisschen das Drumrum. Ach, das ist die Treppe, von der wir erzählt haben. Hier ist eine Treppe. Muss ich aber von einer Seite kommen, damit ich sie sehe. Mit den Höhlen und mit den Durchgängen hier und man kann oben drauf marschieren, das hat schon was. Bis klar, bis dann, tschüss.